Jo, Servus Leute, jetzt für mich A5 durchfährt in Langseebold. Das ist der A5 aus Bebra kommend und fährt in Richtung Hanau. Der gute A5 aus Bebra, 114, 12-Hm ist 8. Das ist das. Hier seht ihr den Steuerwagen mit einem Scheinwäscher. Das ist der aus Bebra. Das ist Alisa Palma. Das war Alisa Palma, Blechelse, habt ihr ja gerade gehört. Wenn euch mein Video gefallen sollte, gebt einen Daumen hoch oder abonniert mich. Schreibt es mal in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Ciao.